Yo, was geht Leute, euer FravesHades hier und zwar mit einem Hammer Mega Glitch, wie ihr 5000 RP pro Runde bekommen könnt, wieder Weltrekord Glitch. Das ist der beste Glitch in GTA, abgesehen von diesen Ultra Mega RP Glitches, aber die funktionieren auf der PS4 nicht. So, diesen Glitch kann man auf dem PC, auf der Xbox, auf der Xbox 360, PS3, egal was machen. Was ihr dazu machen müsst, ist auf Online Jobs, Jobs Hosten, von Rockstar erstellt, Rennen und dann auf der Rennbahn. Also, Moment, ich lade hier dieses Bild mit den schönen, hässigen Trucks. So, diesen Job startet ihr einfach. Ganz easy Leute, also, wenn ihr das jetzt nicht hinkriegt und dann mich hatet oder in die Kommentare schreibt, ich bin zu dumm, um das zu starten, also das verstehe ich dann nicht. Also, stellt hier so viele Runden ein, wie ihr möchtet, aber ich würde euch jetzt empfehlen, macht immer 4, das ist menschlich. So, was ihr dann noch macht, im Wetter mache ich immer unbewölkt und halt so nett, Tageszeit, Mittag. Was wichtig ist, ist, aufholen muss aus sein Leute, es muss auf aus sein. Wenn es nicht auf aus ist, dann funktioniert das Ganze hier nicht. So, dann startet ihr das Ganze. Ihr seht, ich bin 157. Level. Das ist eine Menge eigentlich für mich und das würde für mich sehr lange dauern, das normalerweise zu leveln. So, was ihr auch noch braucht, ist auf jeden Fall hier den Sanchez, dieses Motorrad. Ich weiß nicht, ob es mit normalen Autos geht, aber ich denke auch, aber ich mache es lieber so zur Sicherheit. Es regnet, dass ich halt, wisst ihr, man will, dass sie nicht verkacken, weil nach einer Zeit wird das gepatcht und dann kann man das Ganze nicht machen und dann ist man richtig am Arsch. So, wenn es hier anfängt, was ihr beachten müsst, ist, rechts unten muss Weltrekord-strich-strich-strich stehen oder so wie jetzt. Gar nichts, genau, sieh dir ja, Weltrekord-strich-strich-strich. So, ihr färbt zwei Runden, müsst ihr machen, weil das ist so ein komisches, hästiges Rennen, wo man halt zwei Runden machen muss, damit man hier die Punkte bekommt. Wenn da jetzt rechts unten, wie bei mir, 0-0-0 steht, da macht ihr euch auch keine Gedanken, das ist das gleiche wie Strich-strich-strich-strich. So, ihr seht, normalerweise wäre hier jetzt die Ziellinie, aber es gibt, wie schon gesagt, zwei Runden. Ihr seht oben mein Level, ich bin 157. der Level und man braucht 20.000 RP, um ein Level zu machen. Das wäre, ich sag euch mal, wenn ihr von Level 1 bis, also wenn ihr bei Level 1 20.000 RP kriegen würdet, würdet ihr den Level 35 machen, also das ist schon... So, wenn ihr hier angelangt seid, drosselt ihr eure Geschwindigkeit, ganz easy hier, genau, hier drosselt ihr eure Geschwindigkeit und chillt hier in der Ecke. Einfach irgendwelche Moves, geilen Stunts machen, so, oh yeah. Genau, also ich warte dann immer bis 1,40, 1,40 und dann fahre ich erst durch. So, Leute, was ich euch auf jeden Fall noch sagen will, wegen dem Gewinnspiel, also der Ray aus den Kommentaren hat auf jeden Fall gewonnen gehabt. Er war der einzigste, der ein richtiges, menschliches Kommentar geschrieben hat und nicht gesagt, hey Leute, ich habe kein Geld, ich brauche, ich muss 5 Monate sparen, um 20 Euro irgendwas zu kaufen. Das war nicht der Sinn, ich habe das auch im Video erwähnt gehabt, dass es etwas sinnvolles sein soll und nicht so ein Müll. Auf jeden Fall, also Leute, seid nicht traurig, es wird wieder sowas geben und, Moment jetzt, zeige ich euch, wie viel RP man bekommt. Zack, oben seht ihr bombastische 5000 RP und das ist bei meinem Level mega, Leute. Also sowas zu bekommen ist, genau, wo war ich? Also hier bei den Leuten, die sich jetzt hier, also die jetzt nicht gewonnen haben, macht euch keine Gedanken, es wird eine Verlosung geben. Die anderen zwei Leute, die normalerweise gewinnen werden, jetzt in einen Lostopf geschmissen und dann werde ich einfach random ziehen. Dazu werde ich auch ein Video machen und ihr werdet dann sehen, wer gewinnen wird. Auf jeden Fall werden es leider nur Deutsche sein, also für die Engländer unter den Videos tut es mir leid, weil ich möchte mit diesen Leuten auch, die, die gewinnen, auch kommunizieren. Genau, und das war es dann eigentlich auch schon wegen der Verlosung. Dann, genau, also, Hammer mega. Also wenn ihr noch Bock habt, hier irgendwie noch in meine Crew zu kommen, dann gerne. Ich, K-Town und Maxi sind die Leader. Auch nochmal hier ein Gruß von Denne. Und, was ich auch noch sagen will, ist, wie ihr sehen könnt, warum bin ich jetzt auf einmal so hohe Level und so viel Geld? Dank einem Kollegen, dem K-Town, den muss ich jetzt auch hier nochmal grüßen. Das ist der beste Mann. Und zwar, ich habe das organisiert und der hat das alles hier so abgecheckt. Also, eine Sache so zwischen uns. Also, das ist echt Hammer von ihm gewesen, muss ich ihn echt noch grüßen. Also, dass ich, das ist, ihm verdanke ich auch, dass ich so ein hohes Level bin und so viel Geld habe. Ich glaube, ich hatte 77 Millionen nur alles ausgegeben, mir ist Bescheid, GTA alles gekauft. Echt chillige Leute. Also, wenn ihr mal Bock habt, mit mir zu zocken, wie ihr oben sehen könnt, wuh, wieder tausende Level. Wenn ihr einfach Bock habt, mit uns zu zocken, einfach edit uns. Unten in der Beschreibung seht ihr, wie meine Online-ID ist. Oder, ja, ich habe jetzt einen neuen Account, könnt ihr ja auch sehen, links oben, Frapes und Strich Strich HD. Genau, wie ihr links unten könnt, das ist mein Kollege, er hat gerade auch diesen Weltrekord-Glitch gemacht und hat auch diesen Rekord gebrochen. Genau Leute, das war es dann eigentlich auch schon von mir soweit. Und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Haut rein Leute, ciao. Ciao.